Wenn ich geahnt hätte, dass diese ganze Branche nur aus Vollidioten besteht, hätte ich auch gleich auf dem Bau arbeiten können. Warum tut man sich das an? Ich muss dich leider noch mal nach der Sockenfarbe von Fabian in der Szene am Montag am Krankenbett fragen. Wo ist denn hier der scheiß Regierassistent? Mann, ich sag dir jetzt zum letzten Mal, kümmere dich um das Chaos da draußen. Okay. Okay. Was ist für ein Regisseur? Ja, Regisseur ist nichts, ist ein Regisseur. Der stellt ein paar Leute ins Bild, dass alles, was noch ein scheiß Regisseur macht, ja, ein paar Ficker in ihr scheiß Bild reinstellen. Meine süße Mohnblume. Sorry, nee, nee. Scheiße! Ich bin einer der wichtigsten Filmregisseure des ganzen Landes, so lass ich nicht mit mir umgehen. Das Gesicht ins Bennett. Jetzt bist du schau mal. Du hast wirklich null Komma null Ahnung von Schauspielerei, hast du? Du wirst du! Wer ist denn hier der Regisseur? Welche Sockenfarbe der Hauptdarsteller tragen soll? Damit hab ich die ganze Zeit mein Leben vergeudet und mir die Nerven zerrüttet. Scheiße! Du wirst du schau mal. Ja? Du wirst du schau mal. Ich hör mal. Ja? Du RAJ krust! Sie cold. Okayتي mach! Nein? Untertitelung des ZDF, 2020